Herzlich Willkommen zurück zu FÜR ZWEI, mit Samkabrikatzer Mighty Wrench Kites, so, geht's nicht raus, so, hier. Das sind... Kennt ihr, oder wat? Ah, tun sie, ok. Da weiß ich jetzt Bescheid. Lalalalalala... Geh in die Ohren, wenn ich drüber lauf. Ich... Zum Glück ist hier drüben nichts. Ja, wir wissen doch Bescheid, wir wissen Bescheid. Oh cool, dass die überall dran hälften. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Hat die die Bombe kaputt gemacht? Ich habe dort doch eine Mine hingelegt. Anscheinend hat die nichts gebracht. Wird ihr wahrscheinlich durch den Aufprall von der beschissenen Mission Slug? Was ist das? Was ist das? Da sind sie mindestens gekommen. Kann ich jetzt mal Stunkel werden, aber wieder leppen. Bleibt doch mal geschmeidig. Bleibt doch mal grämisch. Oh, sorry. Okay, ist egal wo ich schlagen darf. Ja, ich kann das auch. Jawohl, ja. Ja. Ihr Affen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat jetzt nicht so den gewünschten Effekt. Ich kann hier gar nichts mehr kaputt machen. Das ist doch scheiße. Warnung, Sektor 4 ist abgesperrt. Das sieht genauso oben aus wie die scheiß Klassensäure. Die haben kleine Kinder. Die haben kleine Kinder. Warte, dann müssen wir mal was testen. Okay. Ich könnte quasi also so ein Ding setzen, warte, bis die drauf laufen oder die vorher weg sprengen. Und wie das ist. Okay. Jetzt weiter, ich bleib mal oben. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Und unten gehts nicht weiter. Ne, es geht nur, keine Miene. Das ist auch so ein Ding. Und unten gehts definitiv weiter. Hier sind aber viele verschiedene Teile schon gehen kann. Ja, der Akte, nice. Uh, I'm awake. Phase, Bewertung. Siehe. Spontane Zündung zerstört. Äh, die anscheinend von der Testperson erzeugten Worte. Weitere Tests sind ausgesetzt. Äh, das Testobjekt wurde isoliert und in künstlichen Kummer gelegt. Phase F7. Der Test durch Hollow Raid. Abgebrochen. Und das Testobjekt scheint zu instabil und gefährlich, um es fortzusetzen. Die Empfehlung ist Ration. Oh, das ist kleines Mädchen. Jetzt tut mir sogar schon fast ein bisschen leid. Nur fast. Na, was haben wir denn da? Na, hallo? Hä? Ich muss den scheiß Arm dort wegnehmen. Bewege ich den scheiß Arm dort weg? Warte mal, schon mal eine andere Idee. Ich muss das Ding wegbewegen und mir ist bestimmt ein Computer an, oder? Hier ist doch ein Computer an, oder? Äh, ich will das Teil haben. Die Huren-Söhne. Gleich Stroh. Wir sind vorbei. Wir sind vorbei. Ey, Alter! Schroß da aus. Das muss doch irgendwo ein scheiß Computer sein. Habe ich wieder solche Zeichen? Ey, Alter, schreit's da was. Ja. Ja. Oh, Fick. Das ist echt scheiße. Naja. Eigentlich das Dumme an der Sache ist, du weißt, wie es geht? Du kommst aber nicht rein. Das ist das, was mich gerade derbe ankotzt. Du weißt, wie es geht, aber du kommst nicht rein. Ist ein Hebel? Ich sag dazu jetzt nichts, dass die Zeichen dort unten die gleichen Farben hatten wie die komischen Kinder. Wie halt das Rot... Wie halt das Rot-Kirchen und... ... Das war's. Was geht's jetzt? Ah. Hey, hey, hey. Komplett voll klein. Weiß. So, das ist zu jetzt. Bams ins Gesicht, Bitch. So, warte geht's. Muss ich hier rein oder 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 oder? Ganz cool. Ganz cool. Da bin ich rein. Da hat man rausgekommen. Das muss ich hier nicht okay. Mal kurz die Kranaten reinnehmen. Was ich noch sagen wollte. Vorsicht im Zellentrakt. Geneviève hat die Zellen geöffnet um Zeit zu gewinnen. Die Exemplare sind sehr gefährlich. Das war's. Schuhe jetzt schon ganz zu Hause. Es ist bestimmt Porku oder Let's Plays Offenheit. Diese Kaktik, die kriechen den Fiecher. Ich hoffe nicht. Die finde ich zum Kotzen. Ich kann schon von hier wegschießen. Das steht hier nur mit Glas. Scheiße. Ich habe das gerade mitgeschnitten, der Affe. Ich werde einfach mal sagen, beendet ich den Part hier an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Mit dem Kamikaze meine Wünschkeit bei 4.2 Project Origin. So sieht es aus. Und rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.